Willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf die Catlink Baymax selbstreinigende Katzentoilette und testen, ob dieses Hightech-Produkt wirklich hält, was es verspricht. Für alle Katzenbesitzer, die sich das Leben erleichtern und gleichzeitig die Gesundheit ihrer Katze überwachen möchten, könnte dieses Gerät genau das Richtige sein. Also bleibt dran, um zu erfahren, ob sich die Investition lohnt. Die Catlink Baymax ist mehr als nur eine normale Katzentoilette. Mit einem Fassungsvermögen von 65 Litern ist sie ideal für mehr Katzenhaushalte und kann bis zu 14 Tage ohne manuelle Reinigung auskommen. Dies spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für eine konstant saubere Umgebung für die Katzen. Besonders praktisch ist der integrierte Abfallbehälter, der die Gerüche durch ein spezielles Desodorierungssystem reduziert. Dies ist ein großer Pluspunkt, da viele herkömmliche Katzentoiletten oft unangenehme Gerüche hinterlassen. Ein weiteres Highlight dieser Katzentoilette ist die App-Steuerung. Über eine Verbindung mit dem Smartphone kann man die Katzentoilette von überall aus steuern, sei es während des Urlaubs oder einfach von der Arbeit aus. Besonders interessant für Katzenbesitzer ist die Möglichkeit, das Gewicht und das Toilettenverhalten der Katze zu überwachen. So kann man frühzeitig gesundheitliche Auffälligkeiten erkennen. Die App bietet zudem verschiedene Reinigungsmodi, darunter einen automatischen und einen manuellen Modus, was die Reinigung extrem flexibel macht. In puncto Sicherheit ist die Catlink Baymax ebenfalls gut durchdacht. Sie verfügt über sieben verschiedene Sensoren, die unter anderem verhindern, dass die Katze während des Reinigungsprozesses eingeklemmt wird. Das sorgt nicht nur für mehr Sicherheit, sondern auch für mehr Ruhe im Alltag. Der Gewichtssensor erkennt Katzen ab 1,5 kg, was bedeutet, dass die Katzentoilette besonders für ausgewachsene Katzen geeignet ist. Abschließend lässt sich sagen, dass die Catlink Baymax selbstreinigende Katzentoilette eine durchdachte und praktische Lösung für Katzenbesitzer ist, die Wert auf Hygiene und die Gesundheit ihrer Vierbeiner legen. Besonders die Kombination aus automatischer Reinigung und Gesundheitsüberwachung macht dieses Produkt einzigartig. Wer also nach einer langfristigen Lösung sucht, sollte die Catlink Baymax definitiv in Betracht ziehen. Vergesst nicht, uns eure Meinung in den Kommentaren zu hinterlassen und den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Tests zu verpassen. Vergesst nicht, es sind die Untertitelung des ZDF, 2020